Musik Für heute habe ich einen einfachen InstaFit 3-Stufen-Plan entwickelt. Eindehnen, Mitte finden und posieren. Wer sagt, dass klassische Musiker total verspannt sind? Ich zeige euch das Gegenteil. Diese seitlich drehte Geige, der Krieger auf der Querflöte, die herabschiegende Geige und der dirigierende Baum. Sonst noch Fragen? Nervosität gehört doch zum Auftritt einfach dazu. Mit der richtigen Atemtechnik bekommen wir das aber sicher in den Griff. Und ausatmen. In der digitalen Welt zählen es Follower und Likes. Eine Community aufzubauen ist manchmal echt harte Arbeit. Aber manchmal kann man auch etwas mit seinem Charme spielen. Schaut mal zu. Sorry, darf ich ganz kurz diese Sendung haben? Ähm ... Nur kurz. Danke, Silma. Schon passiert. Ein Follower mehr? Ninja Style. Beim Musikmachen ist Präzisions A und O. Mal schauen, wie genau die Linne arbeitet. Ich muss jetzt den unteren Augen hochklappen, oder wie? Okay. Äh ... Du brauchst ein wenig Hilfe. Äh ... Also das Handy erzeugt ja schon immer eine gewisse Distanz. Darum haben wir uns gedacht, dass sich die Linne heute direkt ihrem Publikum stellen muss. Wirklich? Das war ja ganz easy. Sehr schön. Super. Drei neue Follower mehr. Geht's? Gut. Danke an Ihrem Kasten. So. Jetzt habe ich irgendwie eine solche Follower-Ritzel hin. Scheisse. Irgendwie. Okay. Der Ding. Ach. Ich habe Lust. Kleine Bring it. zilla. Kl Baby Gitar. März против Talsonson. Your team! Wirț Pa ihr Projekt und